Wenn ich nochmal an der Schauspielschule vorsprechen würde, dann würde ich mir einen guten Plan zurechtlegen. Die Strecke zum Erfolg ist selten ein 100-Meter-Sprint, ist doch oft eher ein Marathon. Und je besser du dich darauf vorbereitest, na klar, desto größer sind deine Aussichten, am Ende auch erfolgreich zu sein. Hallo, ich bin Klaas und als Schauspiellehrer erlebe ich viele, die keinen konkreten Plan haben, wie sie ihr Vorsprechen am besten vorbereiten. Ich sehe da meine eigenen Schülerinnen und Schüler und die von Kollegen und kann beobachten, wer es da früher oder später an eine Schule schafft. Und mit diesen Erfahrungen gebe ich dir meine Tipps für deinen Weg an die Schauspielschule. Der wichtigste Tipp vorneweg, überleg dir einmal ganz genau, warum und ob du tatsächlich Berufsschauspielerin werden willst. Machst du das, um berühmt zu werden, um reich zu werden, um geliebt zu werden? Dafür gibt es in diesem Beruf keine Garantien, absolut keine Garantien. Wenn du reich werden möchtest, dann lerne Geld zu verdienen und damit umzugehen. Es gibt mittlerweile im Internet ganz viele kostenlose Angebote, die Finanzwissen vermitteln. Und damit wirst du ziemlich sicher besser versorgt sein als die meisten Berufsschauspieler. Und deswegen ist Finanzwissen etwas, das ich auch allen Schauspielern empfehle. Wenn du Aufmerksamkeit möchtest, dann lern am besten, möglichst viele Menschen auf Social Media zu bedienen. Auch das wird wahrscheinlich dann eher klappen. Social Media sind etwas, was ich auch allen Schauspielern empfehle, damit sie ihre Karriere gut voranbringen und gute PR für sich machen. Wenn du Liebe suchst, machst du es dir mit der Schauspielerei auch ganz besonders schwer. Ich zitiere mal ungefähr Larry Moss, der zu uns sagte, Der Schauspielberuf wird dir keine Liebe bringen. Wenn du Glück hast, dann zahlt er deine Miete. Wenn du Liebe willst, dann glaube ich, ist es immer ein guter Tipp zu lernen, sich selbst zu lieben und dadurch unabhängig zu werden. Und das ist etwas, was ich generell auch allen Schauspielern sehr ans Herz lege. Ich rate dir, nur dann zum Vorsprechen zu gehen, wenn du sagst, Ich habe bereits in der Vergangenheit gespielt und es hat mich glücklich gemacht. Ich muss es tun. Ich will es tun, weil ich aus Erfahrung weiß, dass es mich begeistert. Ich kann nicht anders. Wenn du noch nicht so weit bist, dann beweg dich, dann such dir Unterricht, dann sammel Erfahrungen mit Schauspiel, damit du im wahren Leben herausfindest, was die Schauspielerei tatsächlich für dich ist. Und dann frag deine Lehrerin, ob sie bei dir Potenzial für den Beruf sehen. Alles andere wird dich wahrscheinlich nicht weit bringen. Wenn du diesen Punkt für dich geklärt hast und ganz sicher bist, dass die Schauspielerei dein Beruf werden soll, dann mach dein Projekt Erfolgreich Vorsprechen zu einer Priorität. Am besten zu der Priorität in deinem Leben. So ein Vorsprechen, das ist kein Tag der offenen Tür, wo man mal eben vorbeischaut und Hallo sagt und dann nehmen sie dich, weil du ganz sicher weißt, dass Schauspielerei genau das Richtige für dich ist. Nein, da treten wie bei einem Sportwettkampf lauter gut trainierte Leute an, die sich ganz bewusst auf diesen Moment vorbereitet haben, die zum Teil richtig viel Erfahrung gesammelt haben. Manche über viele Jahre hinweg. Das ist eine Prüfung deiner Begabung und eine Prüfung, ob du die Art Schauspiel verstehst, die an der Schule unterrichtet wird. Denke an Leistungssportler oder Musiker. Das ist eine hoch spezialisierte Ausbildung für Talente. Und wenn du dein Talent nicht kultivierst und nicht sehr gut vorbereitet an den Start gehst, dann musst du damit rechnen, dass du bei der Prüfung nicht dein bestes Spiel zeigen kannst. Also richte dein Leben danach aus, am Tag der Prüfung absolut fit zu sein. Oder um es mal mit Michaels Shirtleff zu sagen, wenn das Glück endlich zu dir kommt, dann musst du bereit sein. Ohne harte Arbeit bist du nicht bereit. Tipp Nummer 3. Nimm dir Zeit für deine Vorsprechtour. Eine Kollegin hat mir erzählt, dass ihr erstes Vorsprechen an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspiel war und dass sie sofort genommen wurde. Ja, das ist dann mal für sie echt gut gelaufen. Aber die meisten Kollegen erzählen ganz andere Geschichten, wie zum Beispiel eine Kollegin, die 22 Mal in der ersten Runde rausgeflogen ist, bevor sie dann beim 24. Mal an einer Schauspielschule genommen wurde. Auch das passiert. Und dafür muss man nicht nur ein dickes Fell haben, sondern auch ausreichend Zeit. Du brauchst außerdem Zeit, dafür dein Vorsprechprogramm zu erarbeiten. Und dafür würde ich, je nachdem wie erfahren du bist, mindestens drei bis sechs Monate einkalkulieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht schaffst, innerhalb von vier Wochen drei Monologe präsentationsfertig auszuarbeiten. Und dann kommen vielleicht noch 20 Vorsprechen dazu. Dann hast du schnell zwei Jahre zusammen. Und die solltest du für dich einfach einplanen. Wenn es schneller klappt, umso besser. Zeit brauchst du natürlich auch dafür, deine Monologe zu finden. Du brauchst Monologe, die zu dir passen. Dafür solltest du dir möglichst viele verschiedene anschauen. Ich bin der Meinung, du solltest Rollen wählen, die in etwa deinem Alter entsprechen und auch grundsätzlich deinem Geschlecht. So eine Prüfung ist eine große Herausforderung. Mach es dir nicht unnötig schwierig, indem du Charaktere wählst, die sehr weit weg von deinem eigenen Erfahrungshorizont sind oder auch von deinem persönlichen Wesen. Wähle Figuren, die zu dir passen. Und weißt du, was du wohl sonst noch machen kannst? Wenn dir das Video hilft, dann gib ihm einfach ein Like, denn dann wird es noch viel mehr Menschen angezeigt und dann werde ich noch viel mehr motiviert, noch mehr Videos für euch zu machen. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Super, oder? Dankeschön. Okay. Recherchiere Bewerbungstermine. Finde alle staatlichen Schauspielschulen im Internet. Einen Link dafür habe ich dir in die Infobox geschrieben. Dann fertige dir eine Liste an, eine Übersicht mit sämtlichen Bewerbungsfristen, die du auch immer auf dem aktuellen Stand hältst. Wisse immer, bis wann du dich wo beworben haben musst. Du willst keine Prüfung verpassen. Denn wenn du es ernst meinst, dann bewirbst du dich an allen staatlichen Schulen im deutschsprachigen Raum. Du kannst es dir nicht leisten, eine Prüfung zu verpassen. Es sei denn, du hast am Prüfungstag selbst einen wirklich guten Grund. Sorge dafür, dass du genügend Geld hast. Vorsprechen kostet die Prüfungsgebühr, Reisekosten, vielleicht eine Übernachtung in einer Stadt, in der du niemanden kennst. Also finde für dich einen Job, in dem du gut verdienst und lerne, dein Geld zusammenzuhalten für die Momente, wenn du es wirklich brauchst. Es gibt verschiedene Wege, Geld zu verdienen und zu sparen. Im Zweifel findest du Tipps dazu auch hier auf YouTube. Und du brauchst natürlich auch Geld für Schauspiel-Einzelunterricht und Gruppentraining. Da kommt schnell was zusammen. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Nimm Unterricht. Wenn der Tag gekommen ist, an dem du dich endlich an der Schauspielschule vorstellen kannst, dann willst du bereit sein. Und für deine Vorbereitung such dir erfahrene Schauspiellehrerinnen oder Lehrer, die dich bei der Vorbereitung so unterstützen, dass du möglichst gut an dein Ziel kommst. Wenn du dann die Monologe erfolgreich gespielt hast, dann warten noch ganz andere Aufgaben für dich. Und Details dazu findest du hier in diesen Videos. Da geht es dann um Improvisation, Partnerspiel, Körperarbeit. Und das musst du regelmäßig trainieren. Also am besten suchst du dir einen Kurs für Schauspieltraining, in dem du das alles zur Selbstverständlichkeit für dich machen kannst. Also wenn das Spielen für dich zur zweiten Haut wird, dann musst du in der Prüfung nicht mehr nachdenken. Dann kannst du dich voll auf das Spielen und auf die Aufgabe selbst einlassen. Und du kannst dich natürlich auch gerne zusammen mit mir als Schauspiellehrer auf deine Vorsprechen vorbereiten. Sprich mich einfach auf meine Verfügbarkeit und meine aktuellen Preise an. Bei Bedarf unterrichte ich auch online. Leute, geht ins Theater. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, professionell schauspielen zu wollen, sich aber mit der Kunst nicht auseinanderzusetzen. Wer eine Kunst ausüben will, muss sie erleben, sie auf sich wirken lassen, sich inspirieren lassen. Also finde heraus, was sind die besten Stücke, die gerade laufen und schau dir an, was die Profis da machen. Welche Schauspieler gefallen dir besonders gut und warum? Wie gehen die Profis mit ihrem Körper um, ihrer Stimme, ihrer Sprache, wie spielen sie? Welche Regisseure gefallen dir besonders gut und warum? Welche Art von Theater spricht dich besonders an? Was möchtest du selbst gerne machen? Lerne also, über Theater und Schauspiel nachzudenken und zu sprechen. Das brauchst du für deine Karriere. Und übrigens kannst du im Theater auch sehr gute Vorsprechrollen für dich entdecken. Tipp Nummer 9. Bau dir deine persönlichen Netzwerke auf. Kannst du Kontakte knüpfen zu anderen, die auch gerade vorsprechen? So eine Schauspiel-Trainingsgruppe kann ein guter Ort sein, um Leute kennenzulernen, die sich gerade mit den gleichen Themen beschäftigen wie du und von denen deine Familie und deine Freunde natürlich jetzt erstmal keine Ahnung haben. Kultiviere deinen Tribe, deine Familie von gleichgesinnten Menschen. Wenn ihr euch gegenseitig unterstützt und bei Bedarf auch mal wieder aufbaut, dann kommt ihr alle besser und gesünder weiter. Jeder hat mal mit irgendwas Schwierigkeiten und braucht ein bisschen Hilfe oder braucht einen Tipp, weil er eine bestimmte Information noch nicht hat. Seid füreinander da, geht zusammen ins Theater, habt Spaß. Vielleicht wollt ihr euch zusammen vorbereiten auf die Vorsprechen. Feiert eure Erfolge gemeinsam. Und wenn jemand mal einen Misserfolg hat, dann baut ihn wieder auf. So wird eure Reise insgesamt viel schöner. Ihr bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Spaß. Was findest du wichtig auf dem Weg zum Vorsprechen? Was muss unbedingt noch auf meine Liste? Schreib's mir in die Kommentare. Danke, wir sehen uns. Bis bald.